beeindruckend was der markt da konnte der dax hier sehen wir den im fünf minuten nur dass wir uns das mal vergegenwärtig fünf minuten chart ist ist eine ganz einfache kiste wenn wir uns das aber mal angucken hier mal diese aufwärtsbewegung von hier unten ging es hoch um klasse neun prozent der kurs hier 840 punkte in etwa die der kurs hier nach oben gegangen ist das ist eine hausnummer und das innerhalb von ganz ganz kurzer zeit also alleine wenn man das hier von heute morgen und sich anguckt auch immerhin nach 800 punkte das ist schon eine echte hausnummer ist allerdings nichts von dauer gewesen inzwischen der markt schon wieder auf der abwärtsseite sechs prozent wieder verloren also in der summe sind das noch von dem heutigen tiefpunkt zumindest mal ein prozent anderthalb prozent und wenn man guckt wo die eröffnung heute morgen war wenn ich sie jetzt richtig treffe dann sind wir sogar wieder leicht im minus nach dieser riesen odyssey die wir jetzt haben ist das ein gutes zeichen ist das ein schlechtes zeichen nun ein gutes sein ist es aus meiner sicht nicht denn wenn wir so eine tolle bewegung haben klasse bräuchten wir irgendwas in dieser art um zu zeigen dass aufwärts die starke richtung ist und abwärts die schwache richtung das haben wir jetzt aktuell nicht sondern wir sind stark wieder auf der abwärtsseite das heißt eigentlich ist die gute stimmung weg ein bisschen gäbe es noch eine chance wenn wir so dieses zwischenniveau hier nach oben toppen würden dass man sagt vielleicht schaffen wir es ja dann doch noch aber das ist wäre für mich jetzt zum beispiel ein viel zu schwaches signal nachdem wir hier so stark hoch und jetzt so stark wieder runter sind ist das eigentlich nicht das was mich bullisch besonders inspiriert aber gucken wir nicht nur auf den deutschen markt denn der geht ja dem feierabend entgegen gucken wir mal was der dow jones im future gekontert dort hatten wir das was wir vor kurzem mehrfach hatten auf der unterseite nämlich dass der kurs seine eine art handelspause gegangen ist es gab keine übertreibung mehr weiter nach oben weil wir über fünf prozent schon im plus waren deshalb war das eben angehalten erst mit der eröffnung ging es dann kurze zeit drüber aber inzwischen fängt sich das ganze ebenfalls dann wieder wie ist die bewegung insgesamt einzuschätzen womit können wir rechnen aktuell da fällt schon auf das ausgehen von der tiefsituation wir rücksetzer haben das ist nicht schlimm aber wir haben mehrere rücksetzer die alle in einen gewissen korridor fallen also zurückfallen in eine zone ich kann das jetzt mal hier so ganz grob angeben das heißt diese letzten drei korrekturen die teilen sich diesen diesen preiskorridor ich kann das mal hier so andeuten da hat sich der kurs immer wieder abgespielt das ist ein klassisches überlappungsszenario und überlappung ist das was ich sag jetzt mal nicht generell verboten verboten ist es sowieso nicht aber es zeigt sich eben dass wenn der markt vorher ich zeig das mal hier so in etwa einigermaßen ohne überlappung unterwegs war und dann hier dieses wackelige korrektive hat dass das eigentlich eher für eine fortsetzung der vorangegangenen bewegung ist die sich dann eben nach unten dann noch mal wieder erweitern dürfte das ist einfach dass das klassische das typische bild wir haben das hier vorne ebenfalls noch mal hier ist es so dass der kurs wieder hin und her a b c in dem fall gegangen ist dementsprechend bin ich hier jetzt auch noch nicht wirklich davon überzeugt das ist durchaus nachvollziehbar denn wer will jetzt übers wochenende schon positionen halten ich denke mal nur jemand der extrem überzeugt ist und keine angst hat auch notfalls durch ein gap groß geld zu verlieren denn das dürfen wir nicht vergessen wenn der markt tatsächlich hier über nacht gappt und das in die falsche richtung dann kann es wahnsinnig teuer werden wir haben das in den letzten tagen ja schon mehrfach gesehen was da alles möglich ist und wer möchte schon gerne sein konto da in gefahr bringen deshalb gehe ich davon aus dass es vor dem wochenende eher dann noch mal gewinnmitnahmen wenn es man das sogar so nennen kann also zumindest mal nicht noch das aufbauen für neue positionen eben gibt so nach der methode nach dem wochenende gibt das bestimmt nach oben gibt es einen kurssprung nach oben ich denke damit rechnen im moment die wenigsten und ich denke das wäre auch zu gefährlich davon auszugehen also das ganze noch nicht wirklich überzeugend im sinne der kaufseite gucken wir ganz kurz noch mal so auf die anderen märkte crude oil beispielsweise ebenfalls noch nicht wirklich überzeugend eine möglichkeit hier auf die short seite reinzusteigen wäre jetzt hier dieses letzte tief was wir hier hatten einfach mal so ein bisschen so vor augen halten allerdings dürfen nicht davon ausgehen dass das zwangsweise kilometerweit nach unten geht es ist denkbar dass es nur einen kleinen rücksetzer gibt der kann allerdings auch viel größer noch werden also da ist jetzt nicht zwangsweise ein limit gesetzt es ist einfach nur unklar es wäre aber in der fortsetzung der trendbewegung wer mag kann das ganze natürlich versuchen auf der kleineren ebene noch mal nachvollziehen zu vollziehen und dann ebenfalls hier so diese brüche dann gegebenenfalls dafür nutzen ansonsten vielleicht noch abschließender blick auf gold gold im moment da fehlt sogar noch mal daten hier sehr bewegt wir sind ja immer noch das dürfen wir nicht vergessen wir sind im einfluss hier oben dieser widerstandszonen die sind langfristig dass sie ist der wochen chart und viele sagen ja aber gold das muss doch jetzt explodieren aber wir sehen tatsächlich dieses typische muster 1 2 3 4 5 und diese typischen widerstände die scheinen dem markt mehr zuzusetzen als das der eine oder andere sich vorstellen kann und im gegenteil wir sehen dass wir im vier stunden chart oder im stunden im moment eine starke abwärtsbewegung hatten das heißt hier gab es auch gar keine chance sich irgendwie nach oben zu triggern das was ich immer sage achtet mal drauf wo hier so zwischen hoch sind die der markt dann hier eben jetzt kriege ich die linie nicht dann eben nach oben hier triggern kann die ist nicht ganz exakt gezeichnet aber dafür hat sich das bild jetzt komplett gewendet und zeigt eine starke abwärtsbewegung das heißt was wir jetzt bräuchten und dann wäre ich wieder voll mit d'accord und finde ich das hervorragend irgendwie was in dieser richtung so ähnlich wie wir das hier hatten da war stark hoch wackelig runter ich mache es noch mal weg dieses wackelig was ich hier sage kann entweder eine a b c werden gäbe ein trigger für die shortseite oder kann irgendwie was hin und her gewackelt ist solange es aufwärts tiefs gibt kann man eh nichts tun aber wenn er dann da drunter geht wäre das eben die fortsetzung und das könnte dann tatsächlich final jetzt diesen aufwärts arm naja was auch immer final bedeutet aber vorläufig zumindest mal maßgeblich eingrenzen der kurs mit chancen hier wieder reinzufallen und dann ist gut also ihr seht es eine spannende situation aktuell an den märkten es ist noch nicht die kuh vom eis bei aller liebe und insbesondere jetzt vor dem wochenende ist damit wohl nicht zu rechnen die volatilität bleibt und wer kann und wer mag kann die natürlich gerne nutzen